Schön, dass Sie dabei sind. Hallo, ich bin Julia Leischig. Mein erster Fall ist heute ein ganz besonderer. Mich hat ein Brief von Axel aus Erding erreicht. Er ist auf der Suche, aber nicht für sich, sondern für seine Frau Magorjata. Sie hat ihre Kinder aus erster Ehe seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen. Dass Axel mich nun um Hilfe gebeten hat, hat er seiner Frau jedoch nicht erzählt. Erding in Oberbayern, 36 Kilometer nordöstlich von München gelegen. Hier lebt der 57-jährige Axel. Seit 16 Jahren ist er mit Magorjata verheiratet, hat mit ihr die 12-jährige Tochter Jacqueline. Doch das Familienglück ist getrübt von Magorjata Sehnsucht nach Justina und Adrian, ihren beiden älteren Kindern aus erster Ehe, die sie seit 24 Jahren nicht mehr gesehen hat. Axel hat Julia geschrieben. Er hofft, mit ihrer Hilfe die Kinder seiner Frau zu finden. Er hat Magorjata nichts davon erzählt. Zu groß ist seine Angst, dass ein negatives Suchergebnis ihr das Herz brechen könnte. Julia hat sich mit Axel in einem Restaurant verabredet, um persönlich mit ihm zu sprechen. Axel, du hast mir geschrieben. Warum? Weil meine Frau ihre beiden Kinder sucht, die sie seit weit über 20 Jahren nicht mehr gesehen hat. Warum hat deine Frau ihre Kinder so lange Zeit nicht gesehen? Meine Frau hat zu der damaligen Zeit in Polen gelebt. Sie war mit dem Kindesvater zusammen, der sehr massive Alkoholprobleme gehabt hat. Und das hat meine Frau mit diesem Mann nicht mehr ausgehalten und hat sich dann von ihm getrennt. 1988. Magorjata ist erst Anfang 20, als sie sich alleine um den vierjährigen Adrian und die einjährige Tochter Justina kümmern muss. Magorjata ist mittellos und völlig überfordert. Die alleinerziehende Mutter gibt die Kinder immer wieder in die Obhut ihrer Verwandten. Eines Tages werden die polnischen Behörden informiert. Von einem auf den anderen Tag holt das Jugendamt die Kinder ab und bringt sie in ein Kinderheim. Hat deine Frau versucht, die Kinder zurückzubekommen? Ja, natürlich. Sie hat sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt. Aber sie hat immer vor verschlossenen Türen gestanden. Nur wenige Monate, nachdem Adrian und Justina ins Heim gebracht wurden, sind sie dann auf einmal verschwunden. Magorjata erfährt nur, dass die Kinder adoptiert wurden. Dies war in den 80er Jahren in Polen auch ohne die Einwilligung der Eltern möglich. Für Magorjata bricht eine Welt zusammen. Es beginnen Jahre voller Einsamkeit und Verzweiflung. Ja, man wünscht ihr natürlich, dass sie die Kinder in die Arme nehmen kann. Dass sie sie abknuddeln kann. Ist das das, was ihr größter Wunsch ist? Das ist der größte Wunsch überhaupt, den sie hat. Wie wäre das für dich, die beiden kennenzulernen? Würde dir das viel bedeuten? Schon. Haben deine Frau und du jemals versucht, die Kinder zu finden? Der Versuch war da, ja. Aber wir haben nur erfahren, dass sie nach Schweden adoptiert sein sollen. Axel, jetzt hast du mir ja so einen wunderschönen und sehr anrührenden Brief geschrieben. Und ich muss dir was sagen. Ich war in Schweden. Ich habe nach den beiden gesucht. Und wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich gerne über die näheren Umstände mit deiner Frau jetzt sprechen. Ja, natürlich. Wo ist deine Frau jetzt? Können wir sie überraschen? Sie arbeitet hier in der Nähe, an einer Schule. Da können wir sofort hinfahren. Dann lass uns gehen. Nur wenige Minuten später erreichen Julia und Axel die Grundschule Erding. Malgorzata arbeitet hier als Reinigungskraft. Sie ahnt nicht, dass Julia auf dem Weg zu ihr ist. Axel, ich würde gerne erstmal mit deiner Frau alleine sprechen. Und dann kommen wir gleich raus. Drück mir die Daumen. Danke, danke. Ja, okay, warte hier. Guten Tag. Ich suche eine Kollegin, Magda Axel, liebe. Arbeitet die gerade hier? Ja, die arbeitet da. Ja, die ist da oben im Zartag. Treppenauf. Da müssen sie entweder in Gang oder in ein Klassenzimmer sitzen. Alles klar, vielen Dank. Alles klar, bitteschön. Da ist sie, ich glaube, das ist sie. Magda Jata? Hallo. Hallo. Sind Sie Magda Jata? Ja. Hallo, ich bin Julia Leischig. Hallo. Ja, hallo. Jetzt sind Sie sehr überrascht. Ja. Ja? Ja. Keine Angst. Nein. Ich bin hier bei mir, ihr Mann, der Axel, einen ganz lieben Brief geschrieben hat. Ja. Und der hat mir erzählt, dass sie ihre beiden Kinder sehr sucht. Ich würde mich gerne in Ruhe mit Ihnen unterhalten, vielleicht zu Hause. Darf ich Sie mitnehmen? Ja. Okay, dann kommen Sie mit. Während Julia bei Malgojatas Vorgesetzten um einen freien Tag für die 47-Jährige bittet, sorgt sich Axel, dass es seiner Frau vielleicht unrecht sein könnte, dass er Julia eingeschaltet hat. Doch Malgojata ist überglücklich. Vielen, vielen Dank. Nur zwei Kilometer von der Schule entfernt, im Osten von Erding, liegt die Wohnung der Familie. Es ist kurz nach 14 Uhr. Die zwölfjährige Tochter Jacqueline ist auch schon daheim. Malgojata, vielleicht klingelst du, dann erschreckt sich deine Tochter nicht so. Hallo. 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 Hallo Jacqueline, ich bin Julia. Hallo. Ich habe mit deinen Eltern gesprochen, weil dein Papa hat mir einen ganz lieben Brief geschrieben. Und deswegen würde ich gerne mit euch sprechen. Ja? Kein Schreck kriegen. Okay? Sollen wir reingehen? Ja. Julia möchte zunächst Malgojata und Jacqueline vom Ergebnis ihrer Suche nach Adrian und Justina berichten. Malgojatas Ehemann Axel, der Julia um Hilfe gebeten hatte, möchte seiner geliebten Frau den Vortritt lassen. Malgojata, ich habe ja mit dem Axel, mit deinem Papa, gesprochen, weil der mir geschrieben hat, weil du so verzweifelt nach deinen Kindern suchst. Axel hat mir ja auch geschrien, dass der letzte Hinweis zu deinen Kindern in Schweden endet. Ich bin deswegen nach Schweden gefahren und habe nach deinen Kindern gesucht. Schaut mal, ihr beiden. Stockholm, vier Tage zuvor. Die schwedische Hauptstadt ist mit 2,1 Millionen Einwohnern die größte Stadt Skandinaviens. Stockholm ist Sitz des Parlaments und der Regierung sowie Residenz des schwedischen Königs Karl Gustav. Am frühen Nachmittag ist Julia in der Hauptstadt gelandet. Sie trifft sich mit ihrem Übersetzer Markus, mit dem sie schon oft zusammengearbeitet hat. Hallo Markus. Hallo Julia. Oh, es ist kalt in Schweden. Es ist richtig, es ist kalt, lass uns gehen. Ja. Gemeinsam gehen die beiden zu einem Finanzamt in der Innenstadt. Denn Julia hofft, dass man ihr dort vielleicht weiterhelfen kann. Hier in Schweden ist es oft möglich, persönliche Daten der Bürger beim Finanzamt einzusehen. In jedem Finanzamt kann man auf die Daten sämtlicher Städte und Gemeinde zugreifen. Wenn wir also etwas Glück haben, sind Justina und Adrian vielleicht auch in diesem System erfasst. Wir schauen mal. Doch es gibt Probleme. Hey. Hallo. Leider dürfen Sie hier nicht filmen. Kameras sind hier verboten. Ah, okay. Können wir ohne die Kamera rein? Ja, ohne Kamera ist das in Ordnung. Dann gehen wir ohne. Bitte nicht filmen. Julia kann an einem der öffentlichen Rechner im Finanzamt mit ihrer Recherche beginnen. Sie hat nur die Vornamen, die Geburtsdaten und den damaligen Nachnamen von Malgojatas Kindern. Nur wenige Informationen also. Und trotzdem hat Julia auf Anhieb Glück. Schweden ist ein tolles Land. Ich kann es kaum fassen. Wir haben sowohl von Adrian als auch von Justina eine Adresse und eine Telefonnummer. Justina, die mittlerweile Stefanie heißt, wohnt in... Hotel, ja. Hotel, ja. Und es ist 70 Kilometer von hier. Und Adrian wohnt hier in Stockholm, in der Altstadt. Nichts wie hin. Gamlastan, die Altstadt von Stockholm, liegt auf einer Insel mitten im Zentrum. Schnell hat Julia Adrians Adresse gefunden und stößt auf ungeahnte Schwierigkeiten. Ah, da ist überhaupt keine richtige Klingel. Das ist so mit Nummerncode. Das ist ganz oft so in Stockholm. Habt ihr öfters? Ja. Ach Mist. Aber den kann man dann ja nur wissen, wenn man denjenigen kennt. Ganz genau. Du musst reinkommen mit deinem Code und den haben wir ja nicht. Ich kann jetzt schlecht hier rumbrüllen. Was mache ich denn jetzt? Ach, ich hätte ja lieber geklingelt. Aber ich habe die Nummer ja hier. Ich werde den einfach anrufen. Ich rufe an. Ich rufe an. Hallo? Adrian? Hi, do you speak English? Sprichst du Englisch? Gut. Mein Name ist Julia und ich muss mit dir reden. Tatsächlich erreicht Julia Magojatas Sohn. Sie erklärt ihm ihr Anliegen. Doch für Adrian kommt all das wohl etwas zu überraschend. Danke. Tschüss. Ja, das war Adrian. Er war sehr aufgeregt. Ich bin jetzt auch aufgeregt. Er hat sich gefreut. Er weiß noch nicht, ob er mit mir sprechen möchte, ob er mit seiner Mutter sprechen möchte. Ich glaube, das muss sich erstmal alles setzen bei ihm. Das ist natürlich jetzt auch schwierig gewesen am Telefon. Ich werde aber irgendwann nochmal vielleicht mit ihm sprechen. Ich habe ihm jetzt gesagt, dass er seine Schwester noch nicht anrufen soll, weil ich will die Möglichkeit nutzen, mit ihr selber zu sprechen. Dann fahren wir jetzt dahin. Adrian, geht's gut? Das ist schon mal eine gute Nachricht. Und der war sehr, sehr aufgeregt. Der hat mich aber nochmal angerufen, ganz in Ruhe. Und hat mir jetzt im ersten Schritt ein Foto mitgegeben für dich. Wollt ihr ein Bild sehen? Ja, gerne. Von deinem Sohn, von deinem Bruder? Ja? Schau mal, das ist dein Sohn. Da hast du ihn das letzte Mal gesehen. Ich bin ja dann zu deiner Tochter gefahren. Magst du mal gucken? Ja, gerne. Der nächste Morgen. Julia fährt nach Notellia, einer kleinen Stadt 70 Kilometer nordöstlich von Stockholm. Hier soll Malgorzatas Tochter Justina leben, die heute offensichtlich Stefanie heißt. In einem Mehrfamilienhaus am Rand von Notellia befindet sich die Adresse, die Julia in Stockholm recherchiert hat. Hier ist es. Wird sie hier Malgorzatas Tochter finden? Da kann man einfach rein. Klinge gibt es nicht. Hallo. Hallo, ich bin Julia. Nicht erschrecken. Es ist nichts Schlimmes. Können wir reden? Ich komme aus Deutschland und möchte etwas erzählen. Okay. Ja? Es ist nichts Schlimmes. Darf ich reinkommen? Ja, natürlich. Komm rein. Dankeschön. Das ist deine Tochter. Wunderschöne Grüße mit dir. Ich habe mich dann in Ruhe mit ihr hingesetzt und ihr erklärt, um was es geht. Gucken wir es uns an? Ja. Stefanie, weißt du, dass du adoptiert bist? Ja, das weiß ich seit meinem dritten Lebensjahr. Ich bin hier, weil deine leibliche Mutter nach dir sucht. Ist das erstmal eine gute Nachricht für dich? Ich hatte auch versucht, sie zu finden. Ich freue mich sehr. War die Frage nach deiner Mama eine große Frage in deinem Leben? Ja, immer. Ich habe jahrelang versucht, sie ausfindig zu machen, aber ich hatte kein Glück. Ich habe mich immer nach ihr gesehnt, all die langen Jahre. Deine Mutter lebt in Deutschland und du hast eine kleine Schwester, sind es zwölf Jahre und wünscht sich, glaube ich, sehr große Geschwister. Ich war immer die Kleine und es ist so schön, nun zu wissen, dass es eine kleine Schwester gibt. Kannst du mir deine Kindheit beschreiben? Wie war die? Ich war sehr glücklich. Ich habe wunderbare Adoptiveltern bekommen. Wir hatten alles. Natürlich haben wir uns auch mal gestritten, wie in jeder Familie. Aber ich habe auch viel Liebe bekommen. Doch die Frage, woher komme ich und wer ist meine richtige Mama, hat mich immer beschäftigt. Hast du je ein Bild deiner Mutter gesehen? Nein, noch nie. Möchtest du sie gerne sehen? Ich habe eins mitgebracht. Ja, sehr gerne. Meine Güte. Ich bin sehr aufgeregt, sie endlich zu sehen. Und hier ist deine kleine Schwester drauf, Jacqueline. Was sagst du mal? Wie hübsch sie ist. Kann ich deiner kleinen Schwester ausrichten, dass es jetzt eine große Schwester gibt? Ja, die kann die. Ja, das kannst du. Stefanie, ich habe gestern deinen Bruder angerufen und ihm von deiner leiblichen Mutter erzählt. Und er hat erstmal sehr zurückhaltend reagiert. Glaubst du, er will sie überhaupt nicht sehen? Oder was denkst du darüber? Ja, er will sie auf jeden Fall sehen. Aber ich vermute, dass er Angst davor hat und noch Zeit braucht. Und gehen näher, die Tiskeland, so kommen an Antagland, weil er mir nicht. Hallo Mama. Ich kann es kaum erwarten, dich endlich zu sehen. Ich habe sehr oft an dich gedacht. Ich bin dir nicht böse. Ich bin sehr froh, dass du mich gesucht und gefunden hast. Ich bin so glücklich. Ich möchte umarmen und nie wieder loslassen. Möchtest du deine Tochter sehen? Ja, gerne. Ich sehe. Ich habe sie mitgebracht, sie wartet draußen. Nee. So? Nee. Na, das stimmt. Mit sowas mache ich keine Scherze. Ich bringe dich jetzt dahin. Ja. Okay? Ja. Dann kommt man mit. Angespannt wartet Justina auf ihre Mutter. 24 lange Jahre hat Malgorzata ihre Tochter nicht gesehen. Jetzt endlich kann sie ihr Kind wieder in die Arme schließen. Malgorzata, ich weiß, wie sehr du dir das gewünscht hast. Da vorne um die Ecke wartet deine Tochter auf dich. Geh zu ihr. Malgorzata, ich weiß, wie sehr du dir das gewünscht hast. Wie sehr du bist. Wie ist dein Willi? Her ist dein Willi. Meine Baby, meine Baby, meine Baby. Ihr schäkert so großartig. Ich bin mit dir so großartig. Ich bin so glücklich zu sehen. Ich freue mich von Herzen für dich und für die ganze Familie. All the best. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Malgorzata hatte die Hoffnung schon aufgegeben, ihre beiden ältesten Kinder jemals wiederzusehen. Ihre Tochter Justina ist nun wieder bei ihr. Und auch ihr Sohn Adrian plant inzwischen fest, seine Mutter bald zu besuchen.